Peace Tip Peace Tip Peace Tip okayWatte Und jetzt im Kreis hallo youtube und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute mal wieder badwars tippies mit dämon okay diese aufnahme sollte eigentlich mal seriös wirken den anfang habe ich natürlich gerade schon mit meinem indianer gesang ein bisschen verschissen aber naja gut ja wir versuchen heute mal wirklich die badwars szene hier ein bisschen zu ficken und dem combo server einfach mal zu zeigen dass uns seine bugs einfach mal null jucken und wir euch einfach auch das gefühl geben dass wir einfach die geilsten sind ja nicht nur das gefühl vermitteln weil es ist ja sogar so ich meine das hier gerade war auch nicht lachs sondern skill aber es weiß keiner ja und ja passt jetzt auf naja auf jeden fall falls ihr das skywars video mit dame noch nicht gesehen habt dann schaut doch auch mal da vorbei natürlich gibt mir die likes damit ich auch mal wieder auf sardine hier im monat nein spaß da kann auch irgendwie in den film badmoms gehen das ist gut guckt mir schon mal jetzt muss ich die typen wieder anschreiben dass ich geld dafür bekomme dass du das sagst ey nein auf jeden fall ja schaut da vorbei lasst ein like da auch unter diesem video mit dem kanal gibt es gleiche falls er bis dahin mal videos bringt ne ja ich schaff das schon ich schaff das schon du bist der beste du schaffst das schon ich schaff das schon ich schaff das schon ich schaff das schon ok so wir sehen wir sind natürlich schon die op spieler wir können fast bridgen ja also ähm ich kanns dir also ich kanns eigentlich nicht ich bin grad wieder gefehlt und dann war man ziehe ich sogar eigentlich ein fulle kippen aber da kommen wir zu einem mate also hatte ich schon keine chance mehr und dann war natürlich unfair auch deswegen wieder hate raus an das gomme team ne aber alles ist das gomme team schuld die machen so oberpausen sachen den job das geht das war nicht schwerter Leute warum ja ist halt echt so ne schwerter sollten echt verboten werden aber essen essen ist viel zu gefährlich man könnte sich verbrennen ja beim backen oder noch viel schlimmer man könnte auf dem essen ausrutschen wenns auf dem boden liegt wir reden grad nicht von den machenschaften im knast wo du die seife aufbogen hast aber ich bin erstmal zu kennenzulernen ok aber pscht oh mein gott ich bin zu schlecht ja ok also nur ich bin der badwoss pro haben wir gerade festgestellt aber naja daimon ist halt einfach mein lehrling kann man alles machen mein lehrling halt halt zum auge oh da kommt daimon und staubt sich alle kills ach fuck ich war vorne hier drin ich glaube wie die kills hab ja ja natürlich hier zu pink ey das war so klar das war so klein das war so klein das war so kurz wie du dann da rumgewandt bist ein halber daimon warst du dann schon oder nein ich hab kein food aber ich hab nicht ich hab 30 food komm her so ein random dieser kerl alter hier bitteschön feiern ich trapp auf mann ich kanns nicht essen warum nicht weil du mir immer wieder neues gedroppt hast ich trapp ich trapp ich trapp juhu ok warte ich muss mir kurz was zu essen heute ja ja hier hast du hier hast du auch nochmal ein bisschen was achso und hier äh falls du auch noch ne schicke picker willst ich mein wir sorgen füreinander ja wie vater und kind ich bin natürlich der vater der reife geile reiche sack und er ist das kleine arme kind das nichtmals fast bildchen kann das kleine arme kind das größer als ne fahrter ist ja ok ja das ist halt schon peinlich ne er ist einfach ein jahr junger er hat ne tiefere stimme nein nein aber er ist du bist einfach größer 1,93 da kann ich mit meinen 1,81 niemals gegen anstehen latamiji pro ok oh da hab ich ihm natürlich high ground gegeben war natürlich wieder hacker like passiert mit arschloch bleib hier ja ich hab anderthalb nein spaß gut gelbe ich will was zu trinken wollen was zu trinken dein heiltrack der kera vodka ah fast der hat nen bogen ich geh aber zurück ja nein wir werden getrappt bett weg bett weg mann und ich war grad am stanz pushen du geile sau du Hurensohn mit dir neb ich nicht mehr auf du kannst nicht mal spaß daten du spaßti du kannst nicht mal spaß daten du spaßti ja alles klar alles klar alles klar das was ich meine ich meine beste buch der Welt ok irgendwie verlieren wir in unseren aufnahmen nur merkst du was irgendwie merke ich das schon ja der ist einfach mit eisen ich werde base müssen komplett gerne verhindert ups wo bin ich wo bin ich in ausentlocken und jetzt kriegst du jetzt AHAHAHAHA 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 AHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHA 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 AHAHAHAHAHAHA Okay wir sehen uns nach dem Cut wieder bis gleich. Willkommen in der zweite Runde immer noch mit Damon und diesmal versuchen wir uns mal ein bisschen anzustrengen. Ja ich meine der Bossmodus war gerade kurzzeitig einfach deaktiviert und ja Damon hackt halt einfach. Er hat einfach den besseren Ping von uns beiden. Ich ver... Digga Du denkst auch ich spiel jetzt seit zwei Wochen Bad Wars oder so? Zwei Wochen wäre der Bad War. Ich hab mir Zeit zu verzeigen. Ah ja. Wie lange spielst du jetzt schon Bad Wars? Oder generell Gomme und so? Also Gomme ist schon ein bisschen länger. Hab halt mein Bruder früher wieder auf meinem Account gespielt. Was halt wieder so ein bisschen mehr Scheiße wird. Aber früher hab ich zum Beispiel die Fastbitch oder sowas bekommen. Sondern eher so ganz normal gespielt. Und dann hab ich halt eine lange Zeit nicht mehr gespielt. Nach anderem zwei Mal gespielt. Dann hab ich irgendwann wieder Bock gehabt. Dann hab ich dann halt alle kennengelernt. Und dann war mein Weg. War ich dabei und dann haben wir uns einfach verliebt. Leben ist so viel schöner. Kauf durch Cotixd. Nur 399. Und... Wie ist das? Das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Was? Ciao Mates. Och lol hier ist ja Ende des Weges. Das ist ja nicht so sympathisch, Leute. Ah, Baseball. Den zieh ich, den Nappen. Ach, das bist du. Lol. Treffer. Warum? Wie hieß der Balut? Nur hat ein Zombies. Frag nicht mich, frag den Spieler. Mann. So. Wir kriegen doch noch mal Gefahr hier in der Mitte, ne? Von wem? Ja, der Blaue, der will hier so ein bisschen... One-Stacki-Wecki-Smitzen. Und er fällt runter? Ne, ich hab ihn abgeschossen. Du bist abgeschossen? Jaja. Böser, Cotty. Ich bin ein Böser, Junge. Hat sich nicht mal ansatzweise Grusel angehört. Das war dir klar, oder? Ne, das sagte meine Ex immer, weißt du. Spaß. Ah. Danach hat sie mich ausgezogen. Nein, nein, nein. Okay, jetzt reicht. Ey, hackt der? Der hackt. Hackt. Wer? Der grüne hackt? Ne, doch. Doch, er kriegt nur noch weg. Und sie trollen sich gegenseitig. Ja, das ist natürlich ein Zeichen für Hacker, doch. Naja, aber ich hab ihn halt gehaust und er macht einfach gar nichts. Okay. Dann wollen wir natürlich den... Oh, er hackt wirklich. Damon, kriegst du die oder soll ich kommen? Komm mal bitte mit. Ja, ja, ich komm. Ach, geh mal ein Eisenschwert kaufen, Junge. Geh weg. Ach so, ich soll wieder gehen, okay. Nicht du! Fühlt mich auf einen und einen Platz. Kisten, ja, Kisten. Kannst du mal verrecken bitte? Danke. Okay. Also die zweite Runde natürlich dann wieder mit Bravour gemeistert, ja. Und... Ja, ich würde einfach mal sagen, wir sind aber die Ober-B-B-B-B-B-B-B-B-B-Bosse. Und deswegen könnt ihr einfach mal Like droppen für dieses unterhaltsame und skillige Video. Und ja, wenn ihr auch mal so nah an mich heran wollt, wie Damon gerade, könnt ihr natürlich auch einen Kommentar schreiben. Ich komm immer zu euch nach Hause. Nein, Spaß. Okay. Also. Nur wenn ihr in NRW wohnt, in der Mitte 40 seid. Genau. Boah, was? Nee. Okay. Ja, dann würde ich sagen, du hast das mit dem Video. Lasst ein Like da. Vor allem wegen Damon im Video. Und ja. Ja, ich bin zur Prämie. Ich hab eine Million Minus abonniert und so. Guck mal, heute ist ein neuer Schulabendienst-Klasse gekommen. Was machen die direkt? Sie sagen ihm mal einen Youtube-Namen. Schaut bei ihm vorbei, Leute. Lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschökalup. Aber trotzdem. Was ist das? Aber trotzdem.